hallo ihr lieben stiere hier kommt eure sternzeichen botschaft für das kollektiv der stiere ich bin gespannt was ich euch mitteilen darf und denkt daran es ist eine kollektive lebung ihr habt ihr das elfte haus am wirken hier geht es um eure hoffnungen um eure träume um eure wünsche und ihr habt ihr mit dem elften haus natürlich auch ein haus des elementes luft und das sind die sternzeichen zwillinge wagen und wassermann unten am deck habt ihr noch das zweite haus das ist ein haus des elementes erde sternzeichen steinbock jungfrau und stier und da geht es um eure talente besitze und werte möglicherweise könnt ihr hier eine bestimmte gabe ausbauen etwas zu einem mehrwert machen und jetzt schauen wir mal was die karten für eine botschaft hier dazu haben ja es geht um eure herzensangelegenheiten um eine schicksalshafte liebe um eine sache die euch sehr am herzen liegt oder auch woher im bereich der liebe ein kreuz ablegen können möglicherweise habt ihr hier diese situation dass ihr euch nicht richtig angebunden fühlt dass ihr trennungen aus der vergangenheit aus diesem bereich noch im unterbewusstsein sitzen habt dass ihr manchmal das gefühl habt alles alleine machen zu dürfen oder ja ich würde mal sagen allein gelassen zu sein kann natürlich auch so ein glaubenssatz sein oder eine erfahrung und ihr habt ihr einiges das ihr gerade klärt auf der bewussten ebene als ihr sucht antworten und klarheit das kann ja auch ein schicksalshaftes thema sein dass ihr so ein lebensweg habt wo ihr viel alleine bewerkstelligt oder euch alleine durchboxt euch auch vielleicht gern zurückzieht und für euch seid das wird ja auch oft angeklagt wenn man so ist ich finde das genial denn wenn ich mit mir gut klar kommen kann ich das außen bereichern aber auch nicht so aus dem tritt bringen ich habe mir sogar aus der vergangenheit dass wir schon sehr viel gedreht habt erlebt habt das schicksal hat es hier auch mal gut mit euch gemeint euch neue situationen zugespielt es kommt ja vielleicht an den punkt wo er merkt irgendwo braucht etwas mehr liebe mehr erfüllung was braucht mein herz wir haben wir jetzt tatsächlich auch ein gegenüber es kann jetzt auch an alle die gehen die vielleicht getrennt sind die sich ihr neues feld in der liebe eröffnen oder eine trennende situation auch gut überwinden hier geht es auch darum dass du dich fragt das haben wir schon auch in der näheren zeit wo investiere ich rein wo gebe ich etwas was sind meine herzensprojekte wo mache ich vielleicht auch zu viel oder wo fehlt mir auch schon mal ein bisschen unterstützung ja eindeutig schicksalshafte liebessituation wir haben hier die ex partner wir haben die partner der der zukunft oder im jetzt und es geht sehr viel hier auch um vater themen und hier liegt so diese situation dass ihr darüber nachdenkt wie sich das alles fügt oder ja wo ihr vielleicht auch eure eigene größe noch mehr leben dürft ohne euch abgeschnitten zu fühlen also so ich bin vielleicht alleine aber doch verbunden mit allem themen die haben ja auch sehr viel mit vertrauen in andere personen zu tun die hier vielleicht schon mal gut angeknickt worden sind ja und hier kommen wege und chancen aus dem umfeld mit da kannst du vielleicht mal eine andere option nutzen als bisher entscheidungen treffen für dich das umfeld die vielleicht hier auch so war dass du entschlossen deinen weg einst als wünschst du dir hier veränderung andererseits hast du auch bammel davor also das ist vielleicht so ein gewisser zwiespalt in dir angst vor der veränderung oder wie nennt man das ja so eine zwiegespaltenheit einst als möchte ich was verändern an andererseits habe ich bammel dass mit es vielleicht nachher kein gutes ergebnis bringt aber hier hast du das gute ergebnis schon als endprodukt liegen denn hier wird etwas verbindlich guck mal hier haben wir das elfte hausträume wünsche sehnsüchte genau das stellt das schiff auch da hier kommst du sehr gut voran auch vielleicht in einer neuen energie hier kann sogar sein dass du einen karmischen zyklus verlässt etwas was dich im kreis hat treten lassen oder auch ja wo du denkst es sind so zeiten da da ist man zwar allein und man fühlt sich gut damit das andere ist wie fühlt es sich allein zu zweit an und woher kennst du das und was machst du jetzt damit aber ich sehe die energie hier sehr schön es kommt ja in den fluss es bringt dir neue energie mit möglicherweise bist du viel unterwegs oder das unterwegs sein gibt ja auch kraft es kann ja auch sein dass der ein oder andere eine reise eine auszeit plant die in gute energie zurück gibt guck dir das mal an also du gehst resilienter durch deine prozesse und du bist hier im prinzip am ende wieder verbunden das allein sein ist ein zustand der ist so genial wenn das ist nämlich dass dass ich mit allem verbunden bin alles ist okay so wie es ist ich fühle keinen mangel ich bin vielleicht alleine aber ich bin verbunden und du befindest dich gerade im moment deshalb hast du hier auch noch unklarheiten in einer situation des übergangs und das ist hier so ein bisschen auch wie ich mir das schon gedacht habe von den karten die gefallen sind dass du dich wirklich an einem übergang von einer lebensphase in die nächste befindest und wo du auch alle übergänge im leben so willkommen heißen darfst also keine angst vor veränderung weil hier möchte ich etwas harmonischer gestaltet werden hier kommt so eine reise des herzens und der seele die siehst du hier gigantisch ne also hab ein bisschen mut du kannst hier geschützt an deinem hafen liegen bleiben aber ein schiff möchte eigentlich segeln und distanzen überwinden und auf dem meer sein und du kannst hier so damit rechnen dass dich hier tiefe erkenntnisse einholen und dass du auch irgendwie so eine art pilgerreise machst klasse was gibt dir der engel noch mit lieber stier das leben hat schwarze und weiße streifen und auch bunte also sieh alle facetten des lebens gut an und ja sei auch offen für neue perspektiven den blick in das bunte in die gute energie ihr lieben stierre ich wünsche euch eine schöne übergangsphase ich drücke euch und bis bald die